Live am Forellensee Dorothiental. Könnt ihr das sehen? Ultraleicht. Hier, Roberto, zeig euch das mal. Köder, ganz dicht an der Oberfläche. Man sieht die Forellen zwar nicht, aber sie beißen. Guckt euch das mal an, herrlich. Schöne Parabolik. Ups. Kampfstarke Forellen in Premium-Qualität. Die Jungs stehen 365 Tage im Strom. Man sieht's, man merkt's. Ja, dickes Fangrass. Kuba? Ja. Kuba? Ja. Kuba?